Musik Hinter uns laufen noch die Bauarbeiten, neben mir ist Enrico. Enrico, ja, sieht ja schon gewaltig aus, was hier gleich von uns zukommt, oder? Ja, ich hoffe, dass wir das nachher auch so im Film rüberkriegen, dass Frankfurt-Oder auf den Besuch von Aliens irgendwie auch vorbereitet ist, wenn da mitten in der Stadt nachher irgendwo ein Raumschiff landet. Man darf gespannt sein. Ja, echt. Fertig, nur noch schminken. Was? Hallo. Wie fühlt sich das auf der Haut an? Kalt. Wir haben ja eine Herausforderung, weil wir haben ja hier relativ wenig Licht und wir müssen halt mit den Kameras, die wir hier verwenden, mit einer sehr niedrigen Blende arbeiten. Hallo, dude, bis jetzt. Total toll. Super, wie im ersten. Ja, stehen, so in Ausgangsposition. So, nur noch zur Maske. Fertig. Nicht warm und schlecht vorbereitet, weil wir hier oben noch nicht getanzt haben. Fertig. Kameras. Okay, Kamera läuft. Und action. Ich bin der Nebelmann. Ich bin der Nebelmann. Schnuck-Fan! Können wir da noch mal eine machen? Wir machen die Szene, werden wir sehen, ob wir sie nachher nehmen können. Ich möchte sie gerne haben. Dann haben wir auch alle drin, die Komparsen. Ich lebe schwer. Bist du das erste Mal beim Musikvideodreh dabei? Das erste Mal, ja. Ich fand es echt toll, mal was ganz anderes mitzumachen und würde es immer wieder machen. Nee, ist echt cool. War eine ganz neue Erfahrung für uns. Langsam schlaucht es doch ein bisschen. Ich wollte Lisa schon immer mal in die Ketten legen, sie ist ja jünger als ich. So! Wir dürfen nicht schwitzen, ja? Warte? Nicht schwitzen? Achtung! Und Action! Gekommen! Danke! Alle Gäste, ne? Danke! Danke! Danke!